All right! All the bloody! Testaufnahme Quirinus Kuhlmann Preis für versehentlich komische Literatur Teil 2 Wir hören den 54. Kühlpsalm aus dem Original Kühlpsalter von Quirinus Kuhlmann höchstpersönlich Frisch auf, mein Geist, frisch auf in Jesus' Kraft, was willst du nun am Ziel erschrecken? Frisch auf, mein Geist, schau, wie bald weggeschafft, was dich vermeint, am Ziel zu decken. Erfrische dich in diesem Feuer, tritt unter alle Ungeheuer, erfrische dich und fange an zu kämpfen. Jehova wird straks deine Feinde dämpfen. Frisch auf, mein Geist, nun schöpfe tausend Mut, führe Jesus' Licht in dir zusammen. Erbebe nicht vor dieser Drachenflut, verzehre sie mit Gottes Flammen. Frisch wüsste dich mit Gottes Stärk. Nimm munter an Elias Werk, bewaffne dich mit Jesus' Wunderglauben. Lass länger nicht Jehovens Ehre rauben. Frisch auf, zerbrich, was dir zu Brechung dreut. Was, Teufel, was wollt ihr noch stechen? Weicht, Schlangen, weicht zur Abgrund-Ewigkeit. Wir wollen uns an euch erst rächen. Jehova, hilf in meinem Krieg. Durch Jesus bleibet ihr der Sieg. Wir wollen euch durch Jesum Christ beketen, wie täglich wir inwendig euch zertreten. Frisch auf, frisch auf, je mehr, je größer Trutz. Was wollt ihr doch, ihr Krokodile? Ich fall euch an, Jehova ist mein Schutz. Alarm, Alarm im ganzen Nile. Flügel hat mir Gott geschenkt, das euch und eure Prinzen kränkt. Flieht, Tiere, flieht, weil ich auf euch zu pfeile. Ich komm zurück, in allerschnellste Eile. Frisch auf, zu Kampf, zerstreu, was dich beträubt. Sie fallen hin, die dich verletzend. Schau, wie dort ist es fein des Herz durchfeigt. Er zagt, der dich gering geschätzt. Wie David dort den Ries durchfährt, mit seinem eigenen Heldenschwert. So tust du auch, weil aller Geist versunken. Der Riesenstahl wird von dem Riesen trunken. Ja. Hehehehe. Der Riesenstahl wird von dem Riesenstahl in Riesenstahl in Riesenstahl.